Ingrid Maria van Bergen ist eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Leben Kindheit und Jugend Ihre frühe Kindheit verbrachte van Bergen in Frankenau in Masuren, wo ihr Vater als Lehrer arbeitete. Sie besuchte aber öfter die Großeltern in Danzig. Ihre Mutter hatte wegen vier geborener Kinder das Mutterkreuz verliehen bekommen. Der Tod des Vaters als Soldat an der Ostfront, er fiel am 22. Juni 1941, dem ersten Tag des Unternehmens Barbarossa, machte sie zur Kriegsweise. Die Familie zog danach zu den Großeltern nach Zopot, einem Vorort Danzigs. Sie entschied, sich im Rahmen der Hitlerjugend in einer Spielschar zu engagieren und für Soldaten beispielsweise auf Fronturlaub unter anderem Märchen zu spielen oder Volkslieder zu singen. Van Bergens Mutter floh nach den sowjetischen Luftangriffen auf Danzig gegen Ende des Zweiten Weltkrieges mit den vier Kindern, zunächst durch Oliver und Langfuhr, dann mit einem kleinen Schiff über die Weichsel in die Danziger Bucht und schließlich mit der Moltke-Fels, die sie und 2000 weitere Menschen über die Ostsee nach Rostock, Lübeck oder Hamburg bringen sollte. Ein Angriff sowjetischer Bomber vor der Halbinsel Hela beschädigte und versenkte schließlich das Schiff, etwa 500 Menschen starben. Die Familie wurde mit einem Beiboot auf die Halbinsel gerettet. Dort wurde sie nach eigenen Angaben als damals 13-Jährige von einem russischen Soldaten vergewaltigt, ein traumatisches Erlebnis, von dem sie ihrer Mutter nie erzählt hat. Die Mutter entschloss sich ein weiteres Mal zu einem Fluchtversuch mit dem Schiff, diesmal mit dem Ziel Kopenhagen, weil die deutschen Häfen wegen havarierter Schiffe blockiert waren. Van Bergen schildert diese Situation. Ich glaube, wir hatten überhaupt keine Angst mehr. Wir waren ganz fatalistisch. Sie erlebte das Kriegsende am 8. Mai 1945 in einem Auffanglager in Skagen, das an diesem Tag von den Dänen übernommen wurde. Dort wurde die Familie bis zur Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1948 verpflegt und medizinisch versorgt. Van Bergen besuchte dort gemeinsam mit ihrem Bruder die Schule. Eine Stecknadel, die blind in eine Karte der französischen Besatzungszone gesteckt wurde, entschied über den zukünftigen Wohnort der Flüchtlinge, Reutlingen. 1950 machte sie dort das Abitur. Karriere im Anschluss an ihr Abitur ließ sie sich an der Staatlichen Hochschule für Musik Hamburg zur Schauspielerin, später auch zur Sängerin ausbilden und verwirklichte so ihren lang gehegten Traum. Im Jahr 1953 war sie Mitbegründerin des politischen Kabaretts Die kleinen Fische, danach schloss sich ein Engagement bei den legendären Berliner Stachelschweinen an. Im darauf folgenden Jahr wurde sie von Helmut Keutner für den Film entdeckt. Besonders in Berlin trat sie aber auch am Theater auf. In den 1950er und 1960er Jahren gehörte Van Bergen zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen und wurde bekannt für ihre «Rauchige» Stimme. Ihr Rollenfach waren Bardamen, Prostituierte und untreue Hausfrauen. Sie spielte beispielsweise mit O. W. Fischer und Heinz Rühmann. Es folgten circa 200 Film- und Fernsehproduktionen, auch im internationalen Bereich, darunter Filme mit Kirk Douglas, Robert Mitchum, William Holden und Julietta Massiner. Ihre Karriere entwickelte sich nunmehr kontinuierlich. Neben ihrer Filmtätigkeit blieb das Theater bis heute ein wichtiger Aspekt in ihrem Leben. Sie spielte an großen Bühnen in Berlin, Hamburg und München. Auch als Sängerin konnte sie Erfolge verzeichnen und veröffentlichte einige Schallplatten. Nach ihrer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen Totschlags und ihrer Haftentlassung 1982 gelang es ihr zunächst nicht, an ihre alte Schauspielkarriere anzuknüpfen. Der Regisseur Rosa von Braunheim besetzte sie in einer Nebenrolle für seinen Film Horror Vacui. Eines ihrer ersten TV-Engagements hatte sie in der Fernsehserie Losberg, in der sie bis 1988 die Parvenue Margot spielte. Auf die Theaterbühne kehrte sie am 12. Januar 1985 im Berliner Renaissance-Theater als Sinida in Leonid Nikolaevich Andreev's verliebte Naren zurück. Trotz eines zeitweisen Umzugs nach Spanien wirkte sie in Deutschland in verschiedenen Fernsehproduktionen mit. In den 1990er Jahren verkörperte sie U. A., die sympathische Sekretärin Liebscher in der erfolgreichen Familienserie Unser Lehrer Dr. Specht und wirkte später auch in den Serien Mobbing Girls und Bewegte Männer mit. Die beruflichen Angebote für sie nahmen allmählich an Umfang zu und veranlassten sie außerdem, 1994 ihre Autobiografie zu veröffentlichen. Im Jahr 2005 eroberte sie sich mit dem Ein-Personen-Stück, Die Klatschmondfrau, nach einer Romanvorlage von Nölle Schattler eine Paraderolle und ist damit seitdem erfolgreich auf Theatertournee. Am Meininger Theater war sie im Jahr 2007 für vier Monate in der Produktion Love in Bar zu sehen. In einer im Mai 2008 ausgestrahlten Folge der Vox-Kochshow Das perfekte Promi-Dinner nahm Van Bergen als Gastgeberin teil. In den Sommermonaten der Jahre 2005 bis 2008 war Van Bergen Ensemble-Mitglied der Störte-Bäcker-Festspiele in Ralswig auf der Insel Rügen. Nach einer Pause im Jahr 2009 war sie 2010 als »Signora de Rocker« im Stück »Der Fluch des Mauren« wieder mit dabei. Im Januar 2009 nahm sie als Kandidatin an der RTL-Reality-Show »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus« teil, in der sie von den Zuschauern zur »Dschungelkönigin Ingrid I.« gewählt wurde. Ab 2009 spielte Van Bergen in der Serie »Doctors Diary« die Rolle der Mechthild von Buren, welche Anfang 2011 den Serientod erlitt. 2010 stand sie abermals als »Klatschmondfrau« erfolgreich auf der Bühne und war mit dem Stück »Die Nadel der Cleopatra« von Philipp Moog und Frank Röth auf Tournee. In der WDR-Fernsehsenderei »Übernachtung und Frühstück« wurde Van Bergen 2011 von Lisa Artgies vorgestellt. 2014 kürte sie Guido Maria Kretschmer in der Styling-Doku »Shopping Queen« mit dem Motto »Famme fatale«, wickle deinen Mann um den Finger, auf Vox zur Preisträgerin. 2011 wirkte sie auf ProSieben in »Old Ass Bastards« als Lockvogel mit. In der Sendereihe mit versteckter Kamera verwickeln rüstige Rentner auf belebten öffentlichen Plätzen junge Menschen in verfängliche Situationen. Seit einigen Jahren ist Van Bergen auch im Hörspielbereich aktiv. Zu ihren Rollen zählten dort unter anderem die »Lady Duquesne« in »Gesellschafterin gesucht«, die böse »Westhexe« in »Der Zauberer von Oz«, die »Lappin« in »Die Schneekönigin« von Hans Christian Andersen und »Elvira«, »Die dickste Frau der Welt«, in »Sherlock Holmes«, »Die Affenfrau«. Privates Ingrid Van Bergen war viermal verheiratet, unter anderem mit dem Kabarettisten Erich Sinke, dem Vater ihrer Tochter Andrea, und dem Schauspieler Michael Hinz, der unter anderem als Onkel Quentin, in der britischen Kindertv-Serie »Fünf Freunde«, vor der Kamera stand. Mit Hinz hatte Van Bergen die Tochter Caroline, die 1990 mit 26 Jahren starb. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1977 erschoss sie mit einem Revolver ihren 33-jährigen Geliebten, den Finanzmakler Klaus Knatz, in einer Villa am Starnberger See. Knatz wurde von zwei Kugeln in Brust und Bauch getroffen und erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Van Bergens Töchter waren damals 12 und 19 Jahre alt. Der folgende Prozess löste großes mediales Aufsehen aus. Anwaltlich vertreten wurde sie von Rolf Bossi. Van Bergen wurde am 27. Juli 1977 wegen Totschlags zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe in der JVA Eichach in Bayern wurde sie am 2. Oktober 1981 wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Im Jahr 1994 zog Van Bergen nach Mallorca, wo sie sich dem Tierschutz widmete und auf ihrer Finca über 100 Tiere beherbergte. Nach sieben Jahren kehrte sie Mallorca den Rücken und zog mit den Tieren 2001 zurück nach Deutschland in die Lüneburger Heide. In einem Interview mit der Zeitschrift Stern erklärte sie 2009, sie sei bekennende Buddhistin. In einem weiteren Interview mit dem Stern im Jahr 2013 erklärte Van Bergen, dass sie demnächst die Lüneburger Heide verlassen und nach Hamburg ziehen wolle, im Übrigen lebe sie vegetarisch und schreibe Kurzgeschichten aus der Sicht von Tieren. 2013 trat Van Bergen in die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz ein.